...wegen ihrer Rüstungen nicht erkennen können. Sie bedrängen sich so lange mit dem Schwert, bis schließlich einer von beiden seinen Wunden erliegt. Es ist Chlorinda, der Tankred nun nicht mehr helfen kann und zu spät entsetzt bemerkt, mit wem er gekämpft hat. Sie hören Gigimet Lorenz als Chlorinda, Yakesh Aimonino als Tankredi und Konstantinos Pagliazzaras als Testo, das heißt als Erzähler. Erzähler 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 Musik 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 Sports vi 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Applaus 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 Applaus